Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2019 Karriere hier auf dem Pixel Lightning Kanal mit mir, dem Ray. Der große Preis von Russland auf dem Sochi Autodrom steht an und nach dem eher, naja, durchwachsenen Ergebnis in Singapur möchte ich natürlich hier wieder Big Points einfahren, um meinem Ziel Weltmeister zu werden, einen großen Schritt näher zu kommen. Doch, ja, um dieses Ziel in Angriff zu nehmen, sollte ich natürlich erst einmal, ja, mich um eine gute Position qualifizieren und genau das werden wir in der heutigen Folge machen. Wir werden das Qualifying von Sochi fahren und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich gebe direkt ab an meine liebreizenden Kommentatoren-Kollegen. Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Alles klar, Chef, werde ich vielleicht so machen. Vielleicht aber auch nicht. Wir gehen auf jeden Fall aufs Setup und da habe ich tatsächlich eine Mischung aus den aktuellen Hotlab-Setups, die man so in den besten Listen findet, als auch aus dem Setup, was wir in der vergangenen Saison in der ersten Season hier gefahren sind. Also ein bisschen so ein Hybrid und das war tatsächlich das Schnellste. Ich habe sowohl das Setup aus der Vorsaison versucht, ich habe sowohl ein Hotlab-Setup versucht und eben dann auch so ein bisschen eine Mischung aus beide und ein bisschen hier und da halt natürlich auch auf das aktuelle Fahrzeug angepasst. Und natürlich gilt, wir fahren im Schnitt eher etwas mehr Aero, als man das normalerweise hier tun würde. Normalerweise würde man hier nochmal zwei Klicks oder zumindest mal ein Klick auf jeden Fall weniger fahren. Aber dadurch, dass wir so viel Power haben und unser Getriebe das sowieso nicht ausfahren kann, nutze ich dann halt einfach ein bisschen mehr Downforce in den Kurven und auch mehr Stabilität und das zeigt sich auf jeden Fall zumindest mal in den letzten Capris immer wieder als guter Weg, um auf jeden Fall schnell zu sein. Ja, wir gehen weiter, ansonsten da ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk dabei, finde ich. Wir fahren relativ wenig Stabi vorne. In den Hotlab-Setups fahren sie tatsächlich 1.11er-Einstellungen, das ist allerdings im Renntrim. Ja, wahrscheinlich sehr, sehr risikobehaftet. Wenn da nämlich die Reifen ein bisschen abbauen, dann verlierst du eher das Auto mal. Deswegen, ja, eher nicht so. Ansonsten relativ wenig Bodenfreiheit liegt einfach daran, dass Sochi extrem flache Curbs hat, extreme flache Strecke ist, da kannst du einfach echt mit super wenig Bodenfreiheit fahren. Das ist gar kein Thema. Ansonsten ist, glaube ich, nichts Spannendes sonst mehr dabei. Ich würde sagen, wir schnappen uns vielleicht, ich weiß es gar nicht, ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir einfach am Schluss einmal kurz raus und fertig oder soll ich mal mit den Mediums, ich meine, wir brauchen keine zwei Mediums hier. Also ich weiß tatsächlich gerade die Strategie hier gar nicht mehr im Rennen, aber ich glaube, wer kommt hier mit einer Einstopp durch, oder? Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die Mediums tatsächlich brauchen oder nicht. Oder ob wir nochmal extra Softreifen brauchen, das ist auch eine gute Frage. Ich bin gerade komplett, ähm, ach komm, scheiß drauf, ey. Okay, wir fahren einfach mit den Mediums, fahren wir mal eine Runde oder so, oder fahren wir vielleicht zwei Runden und dann gucken wir mal, was wir da so hinkriegen. Und ja, ein bisschen Übung schadet nicht und ein bisschen Action schadet vor allem auch nicht. Deswegen fahren wir mal raus. Und fahren mal mit den Mediums, wie gesagt, ein, zwei schnelle Runden. Gucken, wo wir stehen, was Zeit fehlt. Ich meine, klar, die Softs sind natürlich schneller, aber mit den Softs können wir immer noch am Ende der Session nochmal eine schnellere Zeit setzen. So, wir stehen hier mal alles normal ein. Wunderbar. Ja, Rennwochenende soll trocken bleiben, beziehungsweise Qualifying und Rennen soll trocken bleiben. Im Training hatte ich tatsächlich zweimal Regen. Das hat so ein bisschen meinen Trainingsrhythmus gestört, weil ich nicht so richtig testen konnte. Aber, Nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich durch dieses Hybrid-Setup, nenne ich es jetzt mal, ein ganz gutes Setup hinbekommen. Das Fahrzeug fühlt sich sehr wohl. Ich fühle mich sehr wohl in Sochi. Und deswegen, glaube ich, ja, könnte das ein guter Angriff wieder werden auf die vorderen Plätze, auf den Rennsieg natürlich. Und da schauen wir mal. Größer Konkurrent wird wie immer Paris sein, weil der McLaren aktuell das Maß aller Dinge ist. Aber wir sollten natürlich auch gerade die Racing Points mit Hamilton und Sainz nicht außer Acht lassen. Das Weitere auch natürlich ein Faktor, der ab jetzt in der Karriere ganz groß mitspielen könnte. Es kam die Tage, die Version 1.2, also der Patch 1.2 raus und der hat dieses Safety Car Problem gelöst. Das heißt, der Safety Car wird jetzt wieder mehr rausfahren und das kann natürlich strategisch noch mal einiges durcheinander bringen. Aber ich glaube, das macht es auch insgesamt noch mal spannender. Also freue du dich auf jeden Fall auf weitere spannende Karriere-Rennen und Folgen. Auch wenn es nur noch sechs Rennen jetzt in dieser Season sind. Aber die können umso geiler werden. Und es geht ja um den ganz, ganz, ganz großen Titel, um die Weltmeisterschaft. Und da können wir hier einen weiteren Grundstein legen. Jetzt aber Konzentration und Feuer frei. Erste fliegende Runde mit Mediums. Bisschen zu weit raus hier auf den Astro-Turf. Da kann man nicht so früh ins Gaslider gehen. Karriere macht schon mal eine Spitzenzeit. Da wird jetzt gar nicht drauf geachtet, was für eine Zeit er gefahren ist. Ist ja egal, wir gucken auf uns. Das ist ja egal, wir gucken uns. Mal ein bisschen später bremsen können. Nicht gut. Wir fahren gleich noch mal eine Runde. Ja, letzter Sektor aber auch nicht gut. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar Das ist natürlich eine absolute Ansage Puh, okay Eine 28,8 Jetzt zwei Sekunden nochmal schneller Also bei aller Liebe Zu diesen Reifen Aber zwei Sekunden sehe ich jetzt nicht Nur bei den Reifen Alter, also was Paris da abfeiert Das ist ja echt nicht mehr normal Also meine Trainingsbestzeit Und die war schon echt richtig gut War eine 30,2 Klar, wir hatten nicht den Den größten Spritmodus Aber Trotzdem Ich hätte jetzt gedacht So eine Sekunde Vielleicht nochmal schneller So 29,2 29,4 Vielleicht Aber Acht und Das ist heftig Das ist heftig Also Paris Ja Der Sieg in Singapur Hat ihn auf jeden Fall Beflügelt Und ich meine Er kann ja auch noch Weltmeister werden Alles ist offen Und Deswegen Das ist Eine Ansage Mal ein bisschen früher bremsen Ja Ja Mit der Zeit Wird es Wahrscheinlich Knapp werden Um in die nächste Session Zu kommen Deswegen Wir werden auf jeden Fall Jetzt gleich nochmal mit Softs Rausfahren Einfach um auch zu wissen Wo wir stehen Weil das mit den Mediums Ist natürlich ein großes Fragezeichen Aber Zwei Sekunden Das ist bei aller Liebe Nicht Also eine Sekunde Würde ich nochmal Sagen Ja Aber mal gucken Manchmal Sporn das ja an Auch über sich selbst Hinauszuwachsen Und Man sollte sich Noch nicht übernehmen So wir können ja auch mal kurz Die Zeiten vergleichen Also wir verlieren Im ersten Sektor Schon alleine Achtzehntel Okay Im nächsten nochmal Fünf Und im letzten nochmal fünf Okay Also vor allem Der erste Sektor Ist extrem So Was ist denn die Zeit Aktuell Ja Ist knapp Aber könnte sogar reichen Für Die nächste Session Ich würde trotzdem sagen Ich ziehe mal hier Die Softs drauf Die waren Ja 1,2 Wird es gesagt Also eine Sekunde Sag ich mal Sind die nochmal schneller Ähm Deswegen Ja Ich mache eine kurze Timelapse Und dann fahre ich Jetzt lasse ich mich kurz Überlegen Ja Ich melde mich Ich melde mich Ähm Einfach nochmal Kurz vor knapp Und dann fahren wir nochmal Eine schnelle Runde Mit den Softs Und dann gucken wir mal Wo wir stehen Also Bis gleich So Knapp drei Minuten noch In dieser ersten Qualifying Session Ich denke mal Ich fahre so bei Ja 2,30 2,20 Ungefähr Gehen wir mal raus Man hört es jetzt auch schon so langsam In der Box Und Gassi wird es auch wieder laut Also auch die Konkurrenz geht raus Ich versuche aber wie Immer so ziemlich als letzter Auf der Strecke zu sein So dass ich halt auf jeden Fall Noch eine Runde fahren kann Und Jetzt waren wir nochmal Ich würde sagen 2,20 Sollte das klar gehen Ja Und dann schauen wir mal Was Die Soft alleine ausmachen Und ob ich mich vielleicht Zu Unrecht verrückt gemacht habe Aber er Bei aller Liebe Also 2 Sekunden Macht kein Reifen aus Also nicht Nicht wenn beide frisch sind Wenn der eine Schon angefahren gewesen wäre Okay Aber so Naja Egal Jetzt gucken wir mal Was wir so hinkriegen Dieser Halt in Sochi ist immer Dass die Sonne Relativ tief hier steht Und Gerade für Kurve 1 Als auch jetzt dann Für Kurve Ich weiß nicht wie viel Kurve 4 wird es wahrscheinlich sein Naja Nicht so gut einzählbar ist Also jetzt die Kurve Auf die wir zufahren Mal verbremsen Was ich gern mal Knapp noch eine Minute Dann müssen wir mal Über Start Ziel sein Ich gehe schon mal Auf die richtigen Modi Urb Die Wagen sind in der Session. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ja, immerhin Mindestzielplatz 2 Aber das ist jetzt auch noch gar nicht wichtig Wir müssen jetzt erstmal in die nächste Session Und das ist natürlich Q2 Und damit bestimmen wir natürlich auch unseren Startreifen Fürs Rennen sollten wir natürlich ins Q3 kommen Aber davon gehen wir jetzt einfach mal schwer aus Und ich würde ganz gerne nochmals mit den gerade leider schon abgefahrenen Reifen Aber einfach nochmal zur Sicherheit eine Zeit setzen Und dann am Ende dieser Session einfach nochmals mit frischen Reifen Die wir dann auch für den Startverwendende Zeit setzen Natürlich im schlimmsten Falle Bin ich jetzt mit den Abgefahrenen schneller Aber ist egal Müssen wir, das Risiko gehe ich gerne ein Aber ich gehe davon aus, dass die frischeren Reifen So oder so schneller sein werden Deswegen, wir fahren mal raus Setzen eine Zeit Um einfach reinzukommen Guten Rhythmus fürs Qualifying aufzubauen Nur so können wir dann in Q3 den Angriff auf die Pole Position wagen Naja, ich denke hier könnte ich nochmal vielleicht ein bisschen Wobei das ein bisschen zu krass dann Naja, mal gucken Naja, mal gucken D parallel Okay, also. Konzentration nochmal. Dann anschauen wir mal, was wir jetzt hier so hinkriegen. Schon wieder zu weit hier raus. Ah, der Gang ging nicht rein. Zu sanft hochgeschaltet oder beziehungsweise das Petal berührt. Zu spät gebremst. Ja, das ist nichts. So werde ich es nicht schatten. So. 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 Das ist das Wunschke. So. 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 Ja, wir fahren mal schnell zurück zur Box. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal safe in Q3, aber das geht auf jeden Fall besser. Das haben wir ja gerade eben schon auch bewiesen. Gucken wir mal mit dem frischen Reifen, was wir da so hinkriegen. Problem ist, ich glaube, ich habe das Problem, ich versuche immer so spät wie möglich zu bremsen und komme dann im Prinzip, kriege ich das Fahrzeug nicht richtig rumgesetzt und dadurch muss ich extrem viel während der Kurve dann Speed rausnehmen und kann dann dadurch erst später ans Gas. Und gerade hier ist es, glaube ich, echt mehr denn je wichtig, langsam rein, schnell raus, sprich früh aufs Gas, deswegen lieber ein bisschen früher bremsen und dann früh das Gas aufziehen, damit ich aber so viel Speed wie möglich auf die Gerade mitnehme. Ich glaube, das muss ich noch so ein bisschen verinnerlichen. Und natürlich, klar, zu früh darf ich auch nicht bremsen, aber dann geht da halt was. Okay, ich muss viel früher hier bremsen. Die Linie ist doch weiter vorne als gedacht. Und die nächste Verwarnung. Im Rennen soll es nicht passieren, da kriege ich eine Strafe. Ja, Perez wird jetzt dann gleich natürlich die Zeit vernichten. Nicht nur schlagen, nein, er wird sie vernichten. Ja. Ja. Hm, 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 hm. Dann wählen wir mal die frischen Reifen aus. Allein gegen Hamilton verliere ich in den ersten beiden Sektoren. Gut, die waren auch nicht gut gefahren. Letzter Sektor war dafür halt umso krasser. Könnte halt sein, dass ich vielleicht doch zu viel Flügel fahre. Das, weil Sektor 1 und 2 hat halt doch die lang geraten mit drin. Aber, ja, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern, aber, naja, passt schon so. Da haben wir jetzt die Zeit wieder nach, hä, wie ein Uhrwerk. Der ist, glaube ich, gerade eben nach 1,38, 8,34 gefahren. Jetzt fährt er nach 8,33. Ähm, Wahnsinn. Ähm, ja, die ersten beiden Sektoren sind es so ein bisschen, aber... Ja, und laut der Speedtrap sind wir auch tatsächlich der Langsamste im Feld. Aber, gut. Ja, gut, äh, wieder kurze Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder kurz vor Schluss und, äh, dann versuchen wir natürlich nochmal unser Glück. So, zweieinhalb Minuten vor Session Ende. Wir gehen wieder bei 2,20 raus. Na, wie die Konkurrenz zum Teil auch, vielleicht auch ein bisschen später. Normalerweise müsste das ja reichen. Ja, fahr mal raus, passt. Okay, also ich muss auf jeden Fall, ähm, schneller sein als die Runde gerade eben, damit ich auf den frischeren Reifen starte. Das ist jetzt mal die Hauptprämisse. Aber es soll ja auf jeden Fall möglich sein. Der erste schon über die Linie, aber ist egal. Der erste schon über die Linie, aber ist egal. Der 실행 der까지. Der erste schon über dentails, wie die GOD, immer ein風 giver. Der zweite schon über die Linie, aber ist egal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt heißt es wirklich in den Tunnel zu kommen. Volle Konzentration, Peres geht nicht nochmal raus, klar, muss er ja auch nicht mit der Zeit. Er wird gleich am Anfang an mit frischeren Reifen gefahren sein. Da rutschen wir ein bisschen. Okay, jetzt geht es. Alle Modi drin. Boah, fuck. Das war nix. Eine so saubere Runde. Wow. 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 Witzig ist Auto weg, ey, fast. Ja. Da ist noch viel Potenzial drin, keine so saubere Runde. Aber wir nähern uns an. Aber auch Hamilton jetzt mit einer 29-2. Huiuiuiuiuiui. Huiuiuiuiui. Egal. Weiter geht's ins Q3. Weiter geht's ins Q3. Jetzt gilt's. Jetzt geht's um die Startposition. Startreihe 1. Startreihe 1 ist das Ziel, ganz klar. Pole Position wäre natürlich ein Träumchen. Aber ja, Startreihe 1 ist das Mindestziel. Also in dem schmalen Grad bewegen wir uns. Also Platz 1 oder 2. Von Hamilton will ich mich jetzt nicht geschlagen geben, aber wir haben jetzt zwei Runs. Zwei Versuche. Den hier jetzt gleich und dann danach nochmal einen ganz am Ende. Wer ist direkt hinten dran, der macht schon direkt Druck quasi. Okay. Okay, jetzt volle Konzentration. Ich bin ruhig, konzentriere mich. Das ist doch ein Arschloch, Alter. Oh Mann. Na gut, die Runde ist zum Glück von der Rennleitung jetzt nicht annulliert worden, aber ey, ganz ehrlich, was war das jetzt für eine dumme Aktion? Kommt aus der Box und fährt auf die idealen Linie, ey. Ja, verdammt. Das kostet alles Schwung, da rauszurutschen. Ja, da haben Paris Holtner 28-7 raus. Naja, das war klar. Also, ich bin, wenn du so krass off-track kommst, da verlierst du so viel Zeit, deswegen hat ja die Rennleitung jetzt auch nicht gemeckert, so von wegen abgekürzt oder so. Ey, Mann, aber was für ein Eumel, oder? So ein Idiot, ey. Mann. Ja, so kann man halt natürlich ein Päris nicht schlagen. Ganz ehrlich, ich mach dem jetzt die Runde kaputt, das ist mir gott scheißegal. Was, ich soll Platz machen, weil ich in der Inlab bin? Hm, komisch. Das ist mir aber neu. Erstmal das muss. Ich hab gehört, wenn man die Outlook fährt, dann macht man ja schnellen Leuten auch keinen Platz, obwohl man ja auf der Boxenlinie war und hätte einfach rechts bleiben können, aber hey. Was? Du willst hier den Scheitelpunkt treffen? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Sorry, aber da muss ich mal auch mal gegen die KI. ein bisschen gehässig sein. Also ganz ehrlich, das ist jetzt einfach mal Karma. Ey, ich bin immer noch zu... Ich fahre jedes Mal da zu schnell rein, ey. Ich muss das echt noch ein bisschen hinkriegen aufs Rennen, sonst hab ich ein Problem. Ja, Hameln ist jetzt natürlich vorbei, das war mir schon fast klar. Ja, tja, tja, tja. Ja, also alles wieder auf den letzten Drücker. Der letzte Run muss jetzt einfach passen. Ja, der erste Sektor ist halt... Naja gut, ähm, nochmal ne ganz kurze Timelapse und dann gibt's den letzten Run und da muss ich's dann nochmal richtig fliegen lassen. Ne 28,7 gilt es zu schlagen. Pfff, okay, mal gucken. So, zweieinhalb Minuten vor Ende. Wir gehen wieder gleich raus, bei 2,20 vielleicht wieder. Everyone ready? Okay, let's go. So, jetzt heißt es wirklich volle, volle, volle... Consideration! Er ist bleibt drin, gut klar, bei der Zeit, er kann einen Reifensatz sich jetzt sparen. Fürs Rennen. Fürs Rennen. Fürs Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Hamilton muss ich auf jeden Fall noch schlagen Faires wäre Bonus Untertitelung des ZDF, 2020 Sergio hat mich auf den Polen First row of the grid Musik Ja, Peres, unschlagbar heute gewesen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Peres, ein McLaren und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, keine perfekte Runde. Auch in der ersten Kurve, da muss man auch ganz fair sein. Links den Körb zu hart mitgenommen. Das kostet natürlich auch Zeit, aber ist auch natürlich nicht richtiges Track Limit. Aber dadurch, dass es nicht wirklich viel Zeit bringt, weil man kurz abhebt. Es ist jetzt nicht weiter schlimm, trotzdem ärgerlich. Und auch so, da in den letzten Sektor rein, nach der 2 in der Szone ein bisschen verbremst. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit gekostet und so weiter. Aber ich glaube, ich hätte Peres heute nicht schlagen können. Peres heute auf jeden Fall in einer eigenen Liga und deswegen hoch verdient. Aber wir haben unser Mindestziel erreicht, Startreihe 1, Platz 2. Und vor allem muss man ja auch klar sagen, sollten wir die restliche Saison auf Platz 2 immer sozusagen im Schatten von Peres bleiben, würde es reichen. Wenn auch nur knapp, aber es würde reichen, Weltmeister zu werden, weil wir einfach schon bis jetzt in dieser Saison so viele geile Ergebnisse reingefahren haben. Also von dem her, Platz 2 ist ab jetzt auf jeden Fall immer unser Mindestziel. Mehr gerne, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, dann nicht. Weil sonst werden wir das Dilemma wie in Singapur erleben und das möchte ich auch nicht. Und ja, so oder so, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Lounge. Und verlieren da jetzt natürlich weiter an Boden hier in der Rivalitätsanalyse. Das könnte sogar sein, dass wir das erste Mal verlieren. Jetzt am Ende der Saison nochmal, aber naja, noch ist nichts entschieden und Rennen gibt bekanntlich mehr Punkte und vielleicht kann ich am Rennen nochmal einen drauflegen. Es gibt nochmal ein bisschen Punkte, das ist alles okay. Eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, schöneres Wetter kann man nicht haben. Hoffen wir mal, die Reifen auch gut durchhalten. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Das soll es gewesen sein aus Sochi. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder beim Rennen beim großen Preis von Russland. Und dann schauen wir mal, was geht. Vielleicht kann ich ja mal einen guten Start hinbekommen und Paris direkt attackieren. Mal schauen. Wir finden es raus. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Bis dann. Ciao.